Das Venusvolk in der Nähe von Spachendorf Laut dem Schriftsteller Ulrich Benzel ähnelt das Venusvolk den Bergwerkzwergen. Sie leben in Büschen und zwischen den Felsen und bewegen sich oft unter den Menschen, insbesondere die Venusfrauen. Sie sind meist hilfreich bei der Heilung von Leiden. Es war einmal vor sehr langer Zeit eine Prinzessin aus Nordmähren, die beschloss, auf einem felsigen Hügel in der Nähe des kleinen Dorfes Spachendorf eine neue Burg zu bauen. Wer mir beim Aufbau hilft, bekommt von mir jedes Jahr am 1. Maitag bis ans Lebensende meinen speziellen Holunderbrei, bot die Prinzessin den Leuten aus der Umgebung an, um die Arbeit schneller zu erledigen. Auch das Venusvolk schloss sich dem Bau an. Außerdem versprach die Prinzessin, dass sie, wenn alles vorbei sei, noch mindestens 100 Jahre in der Region bleiben dürfen. Wie es ihr Gewohnheit ist, arbeiteten die Venusfrauen hauptsächlich über Nacht und erledigten ein ganzes Stück Arbeit. Als die Burg fertig war, heiratete die Prinzessin. Aus der Ehe entstand ein Sohn, aber kurz nach seiner Geburt starb die Burgfrau. Ihr Gatte behandelte den Prinzen sehr schlecht und eines Tages warf er das Kind sogar aus dem Haus. Die Venusfrauen nahmen das Kind und kümmerten sich gut um ihn. In der folgenden Nacht brachten sie ihn jedoch zum Burgherrn zurück. Wenn du einen Sohn hast, dann kümmere dich um ihn, schimpften sie und zwangen ihn, den Prinzen besser zu behandeln. Genauso verteidigten sie auch die Dorfleute, die der Prinzessin einst beim Bau des Herrenhauses halfen und denen die jährliche Schüssel Holunderbrei versprochen wurde. Der Burgherr versuchte nach dem Tod seiner Frau dieses Versprechen zu brechen. Doch die Venusfrauen ließen ihm keine Ruhe. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Und die anderen Adligen, die nach ihm kamen, bewachten sie ebenso streng. Und dann verschwand eines Tages plötzlich das Venusvolk und niemand weiß, wohin. Aber vielleicht wirst du sie sehen. Halte einfach während der Abenddämerung Ausschau, wo ihre weißen Kleider und Tischdecken im Dickicht getrocknet werden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020